Hast du schon mal vom Erlös-Äquivalenz-Theorem gehört? Nö, oder? Muss man eigentlich auch nicht. Obwohl, Moment, doch, muss man. Und deswegen ist dieses Video auch für alle Google Ads Treibenden das wichtigste Video, was ich jemals gemacht habe. Ja, okay, habe ich schon oft gesagt. Streng genommen, ich glaube in drei Videos, in dem jetzt und in zwei anderen. Und auf einem Video baut auch dieses Video hier auf. Und zwar das Video über die Zweitpreis-Auktion beziehungsweise den Google Ad Rank oder den Anzeigenrang auf Deutsch. Das solltest du auf jeden Fall angucken, bevor du dieses Video hier schaust. Aber dieses Video kannst du dir auch gerne zuerst anschauen. Ich werde mich eine kleine Wiederholung bieten. Und dieses Video ist für alle von euch so interessant. Auch bei uns in der Agentur, wir hatten schon oft die Diskussion am Tisch, wie ist eigentlich der beste CBC? Und da wird die Diskussion sofort so richtig hitzig. Aber es gibt wirklich eigentlich nur eine Antwort da drauf. Das macht die Sache so geil. Und das möchte ich dir in diesem Video hier verraten, welches da die Antwort ist. Die ist echt leicht. Ich kann es dir direkt auch hier am Anfang verraten von mir aus. Vielleicht guckst du dann das Video nicht zu Ende hier. Aber ja gut, mein Gott. Ich werde trotzdem noch ein paar richtig geile Beispiele hier mit reinbauen. Und ich werde auch cool und anschaulich hier erklären, wie man das Kunden beibringen kann. Dann kannst du das Video von mir aus da hinschicken. Und dann verstehen die, warum man vielleicht den CPC nach oben setzen sollte oder den CPA noch ein bisschen höher setzen sollte. Also Cost Per Acquisition. Denn manchmal ist es so, dass Potenziale durch die Lappen gehen. Also kurze Wiederholung aus dem letzten Video zum Thema Zweitpreisauktion. Und zwar, es gibt das Erlös-Äquivalenz-Theorem. Das sagt, und jetzt habe ich hier mal den Wikipedia-Artikel hier eingeblendet. Und der sieht verdammt mathematisch aus. Oder hier steigt kein Mensch durch. Aber ein Wort, wenn ich das jetzt hier eingebe, Command F, Wertschätzung. Oh ja, dieses Wort steht auf dieser Seite 10 Mal. Das bedeutet, ich fasse den Artikel zusammen. Wenn du, egal welchen Auktionstyp du wählst, ach so, bei Google Ads haben wir nur einen Auktionstyp. Das ist die Zweitpreisauktion. Lernst du in dem Video, das ich hier drunter habe. Dann ist das Gebot perfekt, wenn es die Höhe der Wertschätzung hat. Für den Klick, für den Sale, für den ROAS. Die Wertschätzung des ROAS. Ja, man kann theoretisch auch den ROAS wertschätzen. Und kann sagen, ja, 300% ROAS muss es sein. Denn dann können wir noch auf mehr Umsatz schließen. Erkläre ich dir gleich. Auf jeden Fall Wertschätzung. Wertschätzung ist das Wichtigste. Damit habe ich es dir verraten. Der CPC sollte immer die Höhe der Wertschätzung haben. Gehen wir mal zurück zur Quelle. Und zwar, wenn du eine Keyword-Analyse machst. Ich bin jetzt mal hier in unserem Demokonto. Ich gebe auf Keyword-Planer drauf, neue Keywords entdecken. Und dann gebe ich mir hier ein PRT kaufen. Über dieses Keyword hatte ich heute gerade erst bei unserem Mittagstisch eine hitzige Diskussion. Und dann sehe ich jetzt hier gerade die Gebote. 31 Cent für den unteren Bereich. Auf der Suchergebnisseite ganz oben. Ja, das wird sich formuliert. Und 1,08 Euro für den oberen Bereich. Das sind keine festen Zahlen hier. Kannst du auch durchlesen, wenn du hier rüberhaferst. Das sind alles auf Basis der Historie bei Google Ads, wie die Leute so bieten. Also deine Wettbewerber zum Beispiel, wenn du jetzt hier guckst, wie die so bieten. Und da so Durchschnitte aus den letzten Jahren, wie auch immer. However, unter weiteren Informationen findest du dann noch mehr dazu, dass das alles hier wirklich nur irgendwie geschätzt ist. Und dann werden da irgendwie ein paar Daten angegeben. Und die stimmen halt auch nie, was hier steht. Das kann deutlich drunter oder deutlich drüber oder irgendwo in der Mitte sein. Okay, aber wenn ich mir das hier angucke, dann sage ich, ja, dann fange ich mal mit einem Euro an. Ich sage auch immer, fang hier irgendwo in der Mitte an. Nur damit du irgendwas hast, womit du anfangen kannst. Aber eigentlich ist das falsch. Also ich sage, es ist eigentlich immer falsch. Einfach, damit ich mir die Arbeit leicht mache, du nicht komplett überfordert bist. All solche Gründe. Aber am Ende, und jetzt kommt die gute Nachricht. Eine Zweitpreis-Auktion, die macht es allen, die zu einer Auktion dazukommt, sehr leicht. Weil die Gefahr nicht besteht, dass man viel zu hoch ansetzt. Na, da sehen wir schon. Eigentlich wäre es gar nicht so clever, hier in der Mitte anzusetzen, sondern eigentlich wahrscheinlich über den 1,08€. Es sei denn, andere Marktteilnehmer machen das im gleichen Moment wie du genauso falsch. Twitch und setzen viel zu hoch an. Das bedeutet, in sehr durchsetzten Märkten, wo sehr viele Teilnehmer gleichzeitig mit Ads anfangen, sollte man aufpassen mit hohen Geboten. Und in kleineren Nischenmärkten, wo nicht so viele Marktteilnehmer gleichzeitig dazukommen, also Nischenmärkten, könnte man theoretisch sehr aggressiv oben ansetzen. Das ist die goldene Regel Nummer 1 aus diesem Video. Habe ich noch nie so wo gelesen, aber ja, das würde stimmen, wenn du die Zweitpreis-Auktion und das Äquivalenz-Theorem verstanden hast. Boah, bei diesem Thema, da stehen mir fast die Haare nicht zu Bergen, die hängen hier gerade so runter. Ich sah aus wie so ein Trottel, jetzt habe ich es ganz kurz wieder gerichtet. Wir haben hier also Geburtsvorschläge, aber wo fange ich jetzt an? Ja, das ist nämlich noch eine andere Frage. Wenn du wirklich 100% korrekt anfangen willst, dann verlasse dich nicht auf meine Daumenregeln und sag, ah ja, hier, großes Unternehmen, große Branche, ganz weit oben anfangen, kleine Branche ganz weit unten anfangen, sondern berechne erstmal mit deinem Kunden oder du, wenn du das Video jetzt hier guckst und für dich werden die Google Ads geschaltet. Wie viel ist ein Kunde wert? Ja, da kann ich jetzt mit dir ein paar Beispielrechnungen machen. Denn Wertschätzung bei Geboten kommt ja eben von dem Wort Wert und Schätzen. Man soll schätzen, wie viel also der Kunde in dem Fall wert ist, weil der Klick bringt ja einen Kunden im besten Fall. Ja, also wie viel ist der Kunde wert? Und hier wird oft natürlich falsch gerechnet, weil es wird ins Google Ads reingeguckt und es wird erstmal geschaut, sind ja sowieso, ich sag mal, durch Cookie-Banner durchsetzte Daten da drin, also ganz korrekt kommt da eh nicht alles an, leider. Das bedeutet, da sind sowieso, oder da findet sowieso schon mal weniger Wertschätzung statt, als eigentlich sein sollte. Dafür hat man manchmal so kleine Tools. Falls du es noch nie gesehen hast, es gibt hier unter Conversions und dann gibt es hier so Sachen, da kann man ein bisschen mit rumspielen, aber das ist auch immer mega schwierig hier unter Wertregeln kannst du sagen, ja, Kunde XY von da, von dem Gerät oder in einer bestimmten Zielgruppe war mir dann doch noch ein bisschen mehr wert, wie zum Beispiel zweimal so viel, aber das, da kann man auch nicht mal alles mit abbilden. Wie dem auch sei, du musst erstmal wissen, wie viel ist denn so ein Kunde wert? Und da guckst du natürlich wirklich plumm, gerade als E-Commerce-Shop, an, was lässt so ein Kunde in seiner Customer Lifetime Value da? Weil es geht ja nicht um den Kunden in dem Moment, dann würdest du sofort abgezogen werden von dem anderen Unternehmen, das sagt, ha, der hat nur berechnet oder die, wie viel ein Kunde in dem Moment wert ist. Wir wissen aber, der Kunde ist viel mehr wert. Das bedeutet, wenn für dich der Kunde genauso viel wert ist, wie für deinen Wettbewerber, aber der Wettbewerber erkannt ist, dass der Kunde ja noch viel mehr wert ist, wird der mehr bieten und wird dich überbieten und dann kommt wieder die Frage, wie immer, hallo die Berater, also hallo liebe Agentur, warum ranken wir nicht ganz oben? Ja, weil deine Kundenwertschätzung nicht ganz richtig ist. Das Problem haben viele Agenturen da draußen, deswegen schickt das Video deinen Kunden. Du bist nicht oben, wenn du den Kunden nicht richtig wertschätzt bei Google Ads. Ja, und damit sage ich ausnahmsweise, sage ich sonst nie in Videos, du musst wohl doch ein bisschen mehr bieten bei Google Ads, weil der Kunde, das am anderen erkannt, mehr wert ist. So, das bedeutet, bloß nicht nur angucken, was der Kunde in dem Moment bei dir gelassen hat im wahren Kopf, sondern in seiner Customer Lifetime Value jemals bei dir gelassen hat. Ja, und dieser gesamte Umsatz, das habe ich auch schon mal in ein paar Artikeln gelesen, das wurde dann als, ja, das ist der Kunde wertgenommen und das ist dann auch der Klickwert. Genau, also man könnte dann, wenn der Kunde 1.000 Euro wert ist, könntest du auch bis 1.000 Euro pro Klick sein. Stopp, finde ich nicht, weil das Unternehmen hat ja auch Kosten. Also Umsatz ist ja, das wissen wir alle, nicht gleich Erlös und du hast Kosten und außerdem willst du auch einen Gewinn machen und alleine der Gewinn, ohne den Gewinn könntest du keine Rücklagen bilden und dein Geschäftsbereich wird zu risikobehaftet. Das bedeutet, selbst wenn du den Gewinn nicht rausrechnen würdest, dann wärst du dann pleite, wenn du für irgendwas abgemahnt wirst, das nicht bezahlen kannst, weil du schmal kalkuliert hast. Unternehmer wissen das, du kannst nicht 1.000 Euro für den Kunden bezahlen, wenn er 1.000 Euro Umsatz macht. Das geht vielleicht kurzfristig, 2, 3 Jahre, aber dann gehst du auch relativ schnell pleite. Das haben die letzten Jahre gerade viele Online-Händler gemerkt, die mehr für den Kunden ausgegeben haben, als er wert war und meinten, irgendwann in ein paar Jahren kommt das Geld wieder rein, aber wenn das mehrere in der gleichen Branche machen, dann kommt das Geld nicht irgendwann wieder rein. Bedeutet, wenn du ein ganz einfaches Unternehmen hast, wir kommen wieder zur einfachsten Heuristik, Daumenregel ist Heuristik, ne? Du nimmst alle deine Kundenwerte, teilst sie durch alle Kunden und hast dann den Durchschnittskundenwert, hoffentlich Customer Lifetime Value, über einen sehr langen Zeitraum, desto genauer wird das. Ganz genau und 100%ig stimmt das eh nie, aber sagen wir, Du als Unternehmen hast einen Kundenwert von durchschnittlich 1.000 Euro, weil es einfach jetzt zu rechnen ist. Kunde kommt immer und immer wieder, 1.000 Euro Umsatz. Du hast bestimmte Kosten über, und jetzt wird es nämlich ein bisschen schwierig, hast du das über 10 Jahre genommen, musst du ja von all diesen Umsätzen wirklich die Kosten auch über diese 10 Jahre wegrechnen, hast du es über 2 Jahre gemacht, über die 2 Jahre, dann musst du gucken, was hast du für Gewinn zur Seite gelegt, also mit was für einem Gewinn rechnest du. Also ein Modellbeispiel, du hast 600 Euro Kosten für jeden Kunden, weil du ja auch eine Wertschöpfung anbieten musst, egal ob Service-Dienstleistung oder Shop, dann hast du noch 100 Euro, die du als Gewinn beiseite schaffen willst, da hast du immer noch 300 Euro über. Und jetzt kannst du nicht sagen, das ist jetzt der Klick wert, das geht noch nicht. Der Klick ist noch nicht 300 Euro wert, weil nicht jeder Klick wird zum Kunden, sondern jetzt brauchst du deine Conversion Rate. und die stimmt auch nie hundertprozentig leider. Das heißt, du brauchst eine ungefähre Idee, wie eine Conversion Rate in deiner Branche ist. Schreib hier drunter, schreib die Branche drunter und ich gebe dir auf jeden Fall eine Antwort drauf, so und so viel Prozent ungefähr, damit kannst du rechnen. Das, was ich dir schreibe, ist natürlich nur eine Schätzung. Ich sage dir, was eine gute Conversion Rate ist. Du nimmst eine Conversion Rate, die du im SEO-Bereich hast und so weiter. So, und jetzt hast du eine Conversion Rate. Sagst du also, du bekommst von 100 Klicks drei Sales, dann kannst du also für 100 Klicks, weil du ja drei Sales machst, 900 Euro hinlegen. Also Formel ist, Wertschätzung 300 Euro, ist nicht der Kundenwert, der ist 1000, ne? Wertschätzung 300 Euro mal Conversions, die du pro 100 Klicks hast, also drei mal drei, geteilt durch 100 und das sind neun Euro. Das ist dann sozusagen das, was der Klick wert sein darf. Und wenn du das nicht bietest, jetzt kommen wir wieder zum Erlös-Äquivalenz-Theorem, dann geht dir immer Geld flöten. Dann bist du immer unter deinem Optimum, immer. Das heißt, wenn deine Google Ads Agentur seit Jahren dein Konto betreut und du gibst ein Euro aus pro Klick, viel zu wenig. Sorry, aber es ist viel zu wenig. Wenn es zwei Euro sind, viel zu wenig. Wenn es drei Euro sind, viel zu wenig. Ja, und wenn es 8,50 Euro sind, auch noch zu wenig. Aber neun Euro wären okay. Neun Euro wären so, dass hier nichts mehr durch die Lappen geht. Und elf Euro wäre definitiv zu viel, weil dafür hast du nicht entweder die genügende Wertschätzung, ja, die müsste hochgehen. Also Kundenumsatz muss hochgehen, Customer Lifetime Value muss hochgehen. Wertschätzung geht dabei mit hoch. Und dadurch ist natürlich auch das höher, was du pro Klick ausgeben kannst. Oder gleichzeitig könntest du die Conversion Rate nach oben bringen. Jetzt gucken wir einmal kurz ins Google Ads rein. Und zwar habe ich hier zwei Keywords. Bester Matscher, Bio Matscher. Hier habe ich 30 Cent eingestellt. Bestimmt viel zu niedrig. Das ist eine Kampagne hier, die läuft mit manuellem CPC. Macht man nicht mehr so oft, nur wenn man wirklich wenig Budget hat. Aber jetzt ist hier das Wichtige, dass ich hier ja nicht mehr ausgespielt werde auf der ersten Seite. Warum nicht? Weil andere Wettbewerber erkannt haben, dass man mehr ausgeben kann für dieses Keyword. Aber jetzt zu dem, was ich dir eigentlich zeigen will. Und zwar, wenn du bei diesem Keyword eine höhere Wertschätzung hast, als bei diesem Keyword, weil du schon weißt, dass dieser Kunde eine andere Lifetime Value hat. Bei manchen Unternehmen von euch, zum Beispiel Dienstleistungen, kann sich das extrem unterscheiden. Bei manchen Shops auch, wenn zum Beispiel das hier nur ein Zubehör ist und das hier eben ist das Hauptprodukt. Da kann es sein, dass man hier auf eine Lifetime Value von nur 100 Euro schließen kann und hier auf eine Customer Lifetime Value von 1000 Euro. Dann könntest du hier den Klickpreis zehnmal so hoch ansetzen. Also hier zum Beispiel 3 Euro. Als zum Beispiel bei dem unteren hier. Da kannst du dann zum Beispiel nur 30 Cent. Also 30 Cent, 3 Euro. So krass können sich dann die Klickpreise unterscheiden. Und wenn du jetzt sagst, oh, dann werde ich ja gar nicht ausgespielt. Ja, das ist dann so. Nach dem Erlös-Äquivalenz-Theorem, hier siehst du, das haben wir ja noch offen, hättest du aber auf jeden Fall einen Verlust, wenn du zu viel bietest, wenn du diesem Keyword eine geringere Wertschätzung gibst. So, jetzt haben wir es zum Glück so, dass wir eben nicht mehr so doll im Google Ads-Universum auf dieser Keyword-Basis uns das überlegen müssen. Also inzwischen ist es ja zum Glück so, wir haben Performance-Max-Kampagnen, wir haben Conversions-Maximieren, der Algorithmus übernimmt uns das, macht das mit ROAS-Maximieren zum Teil und so. Das heißt, wir können dann ROAS einstellen. Und deswegen ist es gerade so, dass man da sich wirklich überlegen muss, wie stelle ich den ROAS ein? Wie stelle ich den Ziel-CPA ein? Also welchen ROAS brauche ich? Und wenn der ROAS im Google Ads 300% ist, habe ich dann nicht eigentlich einen realen ROAS von sogar 900%? Und wie viel ist das dann in absoluten Zahlen? Und wie viel hätte ich dann für den Klick zahlen können? Das heißt, du kannst dann immer noch ausrechnen, wenn du ROAS maximieren benutzt bei einer Kampagne und stellst den ROAS auf 300% und Google Ads gibt dann eben nur 30 Cent für den Klick aus oder 50 Cent, dann würde ich den ROAS eben viel geringer machen und sagen, mach ROAS bitte nur 100%, weil wir könnten viel mehr pro Klick bezahlen, auch wenn der ROAS nur bei 300 ist. Aber wir haben ja Daten im Shop und wissen, ein Kunde ist viel mehr wert. Ja, oder du guckst dir die Conversions an, rechnest damit, obwohl die Kampagnenstrategie ROAS maximieren ist. Okay, der letzte Teil war jetzt wirklich für die Profikonten da draußen, für die Großen, die 300-400 Euro pro Kampagne am Tag ausgeben. Aber für euch ist das auch mega wichtig, dass man mit Wertschätzung arbeitet und weiß, wie viel ein Kunde wert ist, weil ich schwöre dir, 95% aller Google Ads-Konten da draußen geben eigentlich eher zu wenig aus, merken dann nach 5 Jahren, hätten sie vor 5 Jahren doppelt so viel Bestandskunden gewonnen, wie jetzt, die dann irgendwie immer noch kaufen, dann hätten sie 3 Millionen Gewinn und nicht nur 2 Millionen Gewinn. Das bedeutet, hätten sie irgendwie 50.000 mehr vor 3 Jahren ausgegeben, hätte das jetzt einen Umsatzboost von 1 Million. Also vorsichtig mit zu wenig bieten da draußen im Google Ads-Universum. Auch wenn ich sonst immer versuche, sehr passiv zu sein, was das angeht. Aber das Äquivalenz-Theorem des Bietens, das zeigt uns ganz klar, man muss so viel bieten, wie die Wertschätzung ist, ansonsten geht was flöten. Wenn du es noch nicht ganz verstanden hast und wenn du auch nochmal die Zweitpreis-Auktion mit meiner Tabelle, die ich habe, beziehungsweise mit meiner Vorrechnung, wie es auch mit der Qualität ist, die damit einfließt in die Gebote, wenn du das nochmal sehen willst, schau dir nochmal das Video hier drunter an. Ich werde es verlinken zum Thema Google Ad Rank und Zweitpreis-Auktion. Denn das ist auch nochmal wichtig, um zu entscheiden, wie gehe ich in Gebote rein. Also das solltest du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Achso, und eine Sache noch, Werbung in eigener Sache, bleib noch kurz dran. Auf Website-Piloten.de haben wir mega viele Kurse, wie man Google Ads richtig einrichten kann. Da diskutiere ich noch viel mehr zum Thema Suchnetzwerk. Aber auch für Shops haben wir einen richtig großen Google Shopping-Kurs, schau mal nach. Und wenn du mit mir persönlich diskutieren willst, schau dir mal unsere Prima-Mitgliedschaft an. Da haben wir einen Livestream die Woche. In dem Livestream können wir uns unterhalten, du kannst den Chat schreiben, du kannst mit der Kamera dabei sein, du kannst mich Sachen fragen und wir können es austauschen. Gib mir ein Like auf dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Ist mal ein Video ein bisschen der anderen Art. Gibt es sonst nicht so oft da draußen, hoffe ich. Ja genau, andere werden es bestimmt nachmachen die nächsten Jahre. Viel Spaß dabei, war viel Arbeit hier. Genau, Spaß. Gib mir einen Kommentar hier drunter, sag Danke. Oder füge noch deinen Senf dazu. Und drück unten die Glocke, beziehungsweise abonnieren. Bis dann, dein Malte Helmholt. Bis dann, dein Malte Helmholt.